In der Kompaktklasse muss man immer wieder mit Besonderheiten glänzen können. Der Mazda 3 ist so einer, der kann schon alleine mit seinem Design bei mir extrem gut punkten. Brutal dynamisch steht er hier, wie so eine Haifisch, ein riesen Maul vorne, sehr kleine Voll-LED-Scheinwerfer. In diesem Matrixgrau sieht er ebenfalls richtig, richtig gut aus. Unter der Haube steckt ein kleines Wundertriebwerk, wie es auch so oft gerne mal in der Presse genannt wurde. Und zwar der sogenannte Skyactiv-X-Motor. Ja, was verwirkt sich denn dahinter? Ja, das ist eine ganz besondere Technologie. Mazda hat es als erster Hersteller serienreif geschafft, Benzin- und Dieselmotor sozusagen in einem zu kombinieren. Wir haben sozusagen einen Benziner, der ein selbstzündendes Kraftstoff-Gemisch zusammenbekommt. Und dem wird dann noch ein bisschen auf die Sprünge geholfen. Und am Ende soll der Motor kraftvoller drehen und auch weniger Kraftstoff verbrauchen. Ja, klingt irgendwie schon ziemlich komisch. Die zündfunkengesteuerte Kompressionszündung, so wird sie genannt, die Technologie, ist wirklich einzigartig hier. Vor allem auch in der Kompaktklasse sicherlich auch kein günstiges Paket. Auch wenn der Mazda hier für 33.900 Euro, so wie er da steht, voll ausgestattet vor unserer Kamera steht. 180 PS leistet übrigens das Triebwerk. 224 Newtonmeter. Und jetzt kommt so der erste Gedanke. Ja, Moment mal. Das ist arg wenig für so ein 2-Liter-Vierzylinder-Aggregat. Und jetzt, in der Tat, Mazda verbaut hier keine Aufladung, keine leistungssteigernde Aufladung. Denn unter der Haube steckt trotzdem ein kleiner elektrischer Kompressor, der aber nur dafür sorgt, dass genügend Luft tatsächlich auch in die Brennräume hineinkommt, um das Kraftstoff-Luft-Gemisch in ordentlichem Verhältnis zusammenzubekommen. Also eine Leistungssteigerung gibt es hier nicht. Die Leistung holt er sich tatsächlich über die Drehzahl. Aber jetzt würde ich mal sagen, bevor wir die Leistung hier abrufen, schauen wir einfach mal, was nämlich dieser Wundermotor heute tatsächlich verbraucht. Deswegen gehen wir mit dem Wagen jetzt auf die Verbrauchsfahrt. Wir fahren 10% Stadtverkehr, 40% Autobahn, Vmax 140, 50% Überland. Und dann sehen wir, was am Ende bei rumkommt. Solltet ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, ist jetzt dafür genügend Zeit, bis ich mich auf den Weg mache, hier zur Tankstelle und den Wagen schon mal voll zu tanken. Vergesst das Ganze trotzdem nicht zu liken. Und ganz wichtig ist, eure Meinung unten in dem Video. Was sagt ihr zum Skyactiv-X? Was sagt ihr zum Verbrauch? Was sagt ihr zu dem Video? Einfach unten reinschreiben und lasst uns ein bisschen diskutieren am Ende auch gerne. Jetzt geht es zur Tankstelle und ihr schaut euch jetzt schon mal den Mazda Skyactiv-X im Detail an. Viel Spaß! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wir sind an der Tankstelle angekommen. Erste Autos werden schon gewaschen und gesaugt. Bei uns geht es aber heute lediglich um das Thema Tanken und Effizienz bzw. Verbrauch. Und jetzt schauen wir einfach mal, was hier angegeben ist. Wir werden jetzt tatsächlich hier mal das Info-Display ein wenig durchklicken. So, da sehen wir jetzt den Vorbordcomputer tun, den Vorbordcomputer tun wir jetzt nullen. Also da steht es tatsächlich und aus dem Hintergrund werden wir jetzt auch E10 tanken. Wir gehen raus. Und wie immer wird getankt. bis drei Mal klicken. Bis zum nächsten Mal. Klick. Klick eins. Zwei. Klick 3 Klick 3 Und da sind wir auch wieder an unserer Tankstelle angekommen, schauen wir gleich hier in den Bordcomputer hinein. 5,6 Liter haben wir verbraucht, 19.365 ist jetzt der Kilometerstand. Wenn wir dann durchgehen, dann sehen wir 114,7 Kilometer sind wir gefahren. Heißt, jetzt geht's raus zum Tanken und wir schauen, was in die Tankmenge hineinläuft. Da haben wir es schon. 2, 3. So, zack, wieder einhängen, zudrehen, Klappe zu und check. So, ich gehe mal wieder zahlen und wir sehen uns gleich zum Fazit. Angekommen hier mit dem Mazda 3 Skyactiv XM Hybrid. Ein richtig tolles Triebwerk, was Mazda hier unter die Haube gelegt hat. Jetzt kommt die große Frage, ist es tatsächlich ein Wunder beim Verbrauch? Schauen wir auf die Verbrauchschart. 5,8 Liter ist der zertifizierte WLTP-Wert, den Mazda angibt. 5,6 Liter hat der Bordcomputer ausgespuckt und 5,6 Liter war dann tatsächlich die Errechnung des Tankvorgangs. Ich würde sagen, ein wirklich respektabler Wert. Das schaffen moderne Diesel gerade so. Wir fahren aber hier einen Benziner. Also er hat es tatsächlich geschafft, beide Welten in einer Antriebskombination zu vereinen. Gar nicht so übel, finde ich persönlich. Aber der Mazda 3 lebt ja nicht nur von diesem tollen Triebwerk, was wirklich schön dreht, was auch ordentlich kraftvoll untenrum fährt und was man sehr schön kultiviert im unteren Drehzahlbereich fahren kann, sondern auch von diesem gesamten Knackigen, was er schon am Äußeren bietet. Er ist ein wirklicher Dynamiker. Er lässt sich wunderbar auf den Kurven umsetzen. Er fühlt sich da auch zu Hause. Er legt sich richtig rein. Er ist willig. Der Vorderwagen lenkt willig ein. Die Untersteuerneigung ist ganz weit entfernt. Das heißt also, das Untersteuern wirklich nur dann, wenn man wirklich zu schnell in die Kurve schlicht und ergreifend reingegangen ist. Die Traktion ist natürlich auch gut, weil die Antriebsachse durch ein hohes Drehmoment natürlich nicht überfordert wird aufgrund des Lautmotors. Die Sechsgang-Handschaltung, wunderbar knackig, tolle kurze Wege. So macht das richtig Spaß. So macht Schalten auch wieder Spaß. Und genau das gefällt mir unheimlich gut. Der Kofferraum ist ausreichend groß. Die Platzverhältnisse sind gut. Das Infotainment-System, auch die Cockpit-Gestaltung gefällt mir sehr gut. Eigentlich hat Mazda hier wirklich ein richtig tolles Package geschaffen. Und jetzt, am Ende, 33.900 Euro sind es tatsächlich für den Mazda 3 Skyactiv MX als Selection-Variante. Mit Top-Ausstattung, Leder, B-LED-Scheinwerfer. Wir haben eine Bose-Soundanlage. Wir haben elektrische Sitzverstellung. Wir haben ein großes Navigationssystem. Wir haben Apple CarPlay bzw. Android Auto an Bord. Wir haben sämtliche Assistenzsysteme, 360-Grad-Kamera, Spurhalteassistent, Spurverlasswarnung, Spurwechselwarnung, Tote-Winkel-Assistent, Querverkehrswarnung. Also alles, was nur top, schick und modern ist, hat der Mazda 3 Skyactiv X an Bord. Würde ich ihn kaufen? Ganz klare Sache. Ja, würde ich. Denn er gefällt mir unheimlich gut. Er macht sich auch gut und er leistet sich hier auch schlicht und ergreifend kaum Schwächen. Das Einzige, womit man sich tatsächlich anfreunden muss, ist diese Sauger-Mentalität. Will heißen, ich muss halt zum Schalthebel greifen. Ich muss den Motor ausdrehen, wenn ich denn wirklich Leistung fordern will. Und na gut, 180 PS, naja, so kommt es einem jetzt nicht wirklich vor. Vielleicht eher so ein bisschen wie 150, 160 PS. Aber ehrlich gesagt, ich finde es immer noch top. Jetzt seid aber ihr dran. Wie findet ihr den Mazda 3 Skyactiv X? Und vor allem, was sagt ihr zum Verbrauch des Skyactiv X? Seid ihr überrascht? Seid ihr nicht überrascht? Schreibt mir das jetzt unten in die Kommentare. Lasst uns jetzt ein bisschen über den Mazda 3 diskutieren. Und ich freue mich, sage vielen Dank fürs Reinklicken. Vergesst immer noch nicht, den Kanal zu abonnieren, die Abo-Glocke zu nehmen, damit ihr auch wisst, wann das nächste Video hier online geht auf dem Kanal von Ubi Testet. Teilt das Ganze gerne, liked das Ganze. Und dann bin ich mehr als happy. Schicke euch jetzt schon mal ein kleines Herzchen. Sagt Tschüss und Servus, euer Ubi. Bravo! Vielen Dank. Vielen Dank.